Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir müssen zur Serverfarm, denn wir haben ja schon, oder haben damit begonnen, das alles hier abzuriegeln. Und hier geht's auch zur Serverfarm. Wir haben eine effektive Waffe gegen das Alien gefunden, und zwar Feuer. Das heißt, wenn es auf uns zurennt, einfach mal kurz den Flammenwerfer ausgepackt. Anwesenheit wurde aufgezeichnet. Ja, das finde ich toll. Und dann können wir es in die Flucht schlagen. So, wir müssen eigentlich da lang. Ich gehe aber erst mal hier lang. Werden die wissen, ob man hier irgendwas Geiles findet. Wurden die eigentlich auch alle durch das Alien getötet, oder eher durch die etwas unnetten Cyborgs? Das weiß man ja jetzt auch nicht so genau. So, Tür zugriff. Nö, das lassen wir natürlich mal aktiviert. Oh, okay. Ich bin weg. Ach, scheiße. Okay, warte mal. Wollen wir mal kurz die Lüftersteuerung an. Dann müsste eigentlich das hier weg sein, oder? Kann ich hier nämlich durch? Ich muss hier zwar eigentlich nicht hin, aber es ist mir egal. Ich kann nämlich hier rein. Und das wollen wir natürlich mal eben probieren. Das ist nämlich momentan ungefährlich. Da kann ich mich ja ganz... Also, okay. Ja, wow. Joach. Läuft. Ich habe den Weg wieder zurückgefunden. Das ist ja auch schon mal gut. So, mehr war hier nicht, oder? Oder gibt es hier noch irgendwas? Ah, hier ist auch mal was. Piss dich, du altes... Pimmelmonster. What the fuck ist das denn, ey? Horrorradio hier. Kann ich mal ausmachen. Okay, geil. Solange ich... Solange ich dafür Muni habe, brauche ich keine Angst haben. Kann mir das Ding nämlich gar nichts... Das Problem ist, also... Hä? Verpiss dich! Geh weg! Der geht nicht weg, der Arsch. Boah, wir brauchen aber auch ganz schön viel Munition, ey. Ach, du Scheiße. Also muss ich jetzt hoffen, dass ich hier bald nochmal so ein Munitionspack für den Flammenwerfer finde, weil sonst habe ich ein Problem. Würde ich mal behaupten, oder? Wir haben auf jeden Fall ein Problem, weil... Jetzt momentan ist cool. Und... Das Blöde ist, ich sollte den vielleicht nicht so krass oft einsetzen. Es könnte am Ende ein Problem geben. Ich dachte einmal kurz drauf, reicht. Aber leider nicht. Ne, wird wahrscheinlich keiner so ein Ding haben. Ich würde aber sagen, wir kümmern uns darum. Wenn es soweit ist. Flammenwerfer. Ich würde gerne selber so eine... die Muni dafür bauen, ey. Das wäre genial. Warum machen so komische Geräusche, wenn ich mich drehe, ey? Okay. Na, du bist doch bestimmt hier drin, oder? Da muss ich mir nichts erzählen. Das ist auch geil gepiept. Fast wie auf meinem Ohr. Da ist er. Wie gesagt... Achso, das ist ein Androide. Momentan kann mich das Ding echt mal am Arsch lecken, oder? Also es ist voll falsch eigentlich, das zu denken, dass es mich am Arsch lecken kann, weil ich hab irgendwann... Irgendwann hab ich nämlich keine Muni mehr dafür. Es ist weg. Und dann werde ich ein Problem haben. Und zwar ein gewaltiges... Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahrenbeindämmungsstufe. Denn... Dann... kann ich nämlich nicht mehr mit dem Flammenwerfer schießen. Das wird ziemlich blöd. So, okay. Was ist hier? Die ist auch auf. Wo geht's denn da hin? Laut Karte. Achso, da geht's wieder zurück. Okay. Wann ist da Knorkel? So. Komm schon, geh weg. Ah, du bist grad nicht da, oder? Oder? Nee, okay. Scheiße. Ich bin doch gar nicht so nah gekommen, ey. Bleib doch mal geschmeidig. Mann, ey. Unglaublich. So, wir gucken erst mal, bevor wir an den PC da... Oder an den PC... Ah, das Ding da gehen. Ans Terminal gucken wir uns erst mal ein bisschen hier um. Ja, ja. Sehr schön. Mhm, mhm, mhm. Ja, ja. Ich verstehe alles. Schade ist, das finde ich echt blöd. Man kann das alles nicht so gut lesen. Das wäre geil. Wenn man das auch noch lesen könnte. Naja. So. Na dann. Das, das, das und das. Vertical when operating. Jawohl. Das war's. Geschafft. Ist mein Ausgang offen, Ricardo? Einen Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, ist zu. Bewegt sich kein Stück. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringt sie das in Ordnung. Oh Gott. Was tut... Moment, wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Scheiße. Ach, jetzt muss ich entkommen. Alles klar, wie, wie, wie entkomme ich jetzt genau? Hier. Scheiße, ist doch alles abgeriegelt. Hm. Hm. Okay. Piss dich. Wie gesagt, noch kein Problem. Wenn das Ding weg ist, dann werde ich mir wieder in die Hose scheißen. Was ist los? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit. Kommst du da gleich wieder raus? Nee. Was ist der Android, ey? Komische Pratze. Geh weg. Okay, okay, ich habe es. No, Sir, ich bin sofort. Aber wie, 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 wie komme ich raus? Das frage ich mich. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ohne Spaß. Okay, Moment, 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 Moment. Hier. Nee, da bin ich. Scheiße. Äh, okay. Moment. Also. Six and Company, bla 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 bla. Hier runter. Ich glaube, dann hier oder hier. Das passt schon. Dann komme ich da hin, oder? Geh weg. Nö. Boah, das hat mich voll getackelt, der Arsch. Kleiner Stricher, ey. Halt, der mich umhauen, du. Kann ich zufällig entbauen? Jawohl. Sogar mehr als ein. Okay, ich baue noch ein. Ein Medikit kann nämlich nicht schaden. Ah, ich kann sogar... Oh, cool. Baue ich direkt noch ein Medikit. Das ist einfach... Ich finde das momentan am sinnvollsten. So, zack. Okay. Flammenwerfer. Nachladen. Okay. Okay, ist irgendwo da oben. Scheiße. Okay. Dann machen wir mal kurz die Sperre hier weg, weil wir müssen irgendwie auch wieder abhauen. hat mich das Vieh umgetackelt, ey. Ist ja ein Arsch. Das Blöde ist, ich weiß auch nicht, wo genau das Vieh ist, ne? Muss ich auch mal zugeben. Okay. Jetzt muss ich kurz gucken. Warte mal, hier komme ich runter. Komme ich hier auch zur Login, ne? Wo bekomme ich da bitte hin? Okay, warte mal kurz. Hier lang. Dann hier durch. Da, da. Dann hier, oder was? Ich hoffe, das ist so richtig. Wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen. Komme was wolle. Boah, immer mal jetzt die Dings öffnen, ey. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Kurz mal gucken. Ist... Okay, das Ding ist kaputt. Geil. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, ehrlich gesagt. Ich habe absolut... Keine Ahnung. War ich hier schon mal? Bin ich mir nicht so sicher. Kann aber durchaus sein. Gucken wir mal kurz, was hier auf dem Terminal steht. Chief Border Chief, die Gründerricht ist, dass die Archivierung des gesamten Mailsystems... Ja, da. Okay, das hatte ich schon. Okay. Okay. Was ist denn verflucht, ey? Bleib doch mal geschmeidig. Was ist denn hier jetzt hier wo? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Scheiße, ey. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Mich hält schon wieder. Ja geil, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Drecksrotze. Na gut, wir speichern hier nochmal. Komme ich denn jetzt hier raus, ey? Moment. Ich weiß aber nicht, wo die zwei Ziele sind. Ich kann ja mal mich dem Ding hier einfach mal so ein bisschen... ...gucken, wo es mich jetzt hinführt. Naja, das blöde ist, ich weiß nicht, ob ich im Stockwerk richtig bin, ne? Äh. Wo zur Hölle? So, mach dich vom Acker, du Drecksvieh. Ja. Don't piss with a man, da sag ich dir. So, okay. Okay, der will Stress, das ist klar. Irgendwer muss doch wissen, was hier los ist. Will der Stress oder will er keinen Stress? Was zum... Okay, er will... Fuck. Der will Stress. So. Schön Munitionsparen natürlich machen, also das Versuchen zumindest. Schrott hat der... Ach, nicht, Schrott. Schrott, ey. So, und jetzt, äh, auf den Flammenwerfer schnell wieder wechseln, weil der ist mir natürlich... Ich glaub, hier, hier, ne? Ich glaub, das ist richtig. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Yes, geschafft. Puh. Mann, 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 Mann. Was für ein Stress hier, echt mal. Aber wie gesagt, der Flammenwerfer gibt einem so eine gewisse Sicherheit, ja, das Vieh kann einem nicht mehr zu nah kommen. Schön wegflambieren. Noch mehr Flammenwerfer, Muni, das find ich gut. Ich brauch ehrlich gesagt noch viel mehr, ey. Ich hab viel zu wenig, ich brauch 15.000 Schuss. Das Ding ist auch schon direkt wieder hier, kann das sein? Das find ich, äh, super. Mein Freund, das Alien, ist immer mit dabei. Da kann ich speichern. Ist er hier oben? Who the fuck is this? Hm. Der geht zwar nicht mehr so töfte, würde ich sagen. Ist es clever, jetzt weiterzugehen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und aus dem Grund... Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. ...speichere ich jetzt hier. Schwups. Und würde auch an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich bei euch. Wir müssen also den Strom von Gemini oder Gemini Station aktivieren, komplett, natürlich. Wäre sonst auch ein bisschen langweilig. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin. Richtigen Knopf suchen. Haut rein. Ich bin da nicht so cultürbar. Ich bin da nicht genau so.